Wird das jetzt auch noch gefilmt? Werte Kollegen, werte Gäste Ich habe mal einen Witz vorzutragen den werden Sie bestimmt noch nicht gehört haben im Leben und bitte lachen Sie nicht zu laut Also, folgendes ein kleines schwules Pärchen will in Urlaub mit dem Flugzeug fliegen dann hin oder gehen in dem Flugzeug fliegen dann los und der eine von den beiden ist dann ohrsrattig er hat richtig Lust und dann sagt er so Mensch, wollen wir nicht mal? Sagt der andere nee, lass den lieber nicht, nicht im Flugzeug und dann Mensch, du komm, ich schlafe noch alle gucke doch mal ich teste das und dann ruft er so nach Durst, dann kann mir mal einer sagen wie spät das ist nichts Totenstille, alles klar der Kumpel will nicht ein und es geht zur Sache naja, im Endeffekt beide glücklich Flugzeug landet Passagiere steigen aus, zum Schluss kommt dann armer kleiner Opi, komplett voll mit Kaffee oben bis unten und dann sagt die Stewardess oh mein Gott, warum haben sie sich denn nicht gemeldet na, ich hab mich nicht getraut, wieso denn das nicht? na, da hat vorhin halt vorhin einer nach der Uhrzeit gefragt den haben sie gleich einen Arsch gefickt oh oh